und damit herzlich willkommen meine lieben freunde zu einem neuen video hier auf diesem kanal heute ein special video und zwar seht ihr es bereits im titel eingeblendet mein neues equipment ja ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich warum ich euch hier mit meinem handy filme das wird jetzt ein bisschen cringe weil da unten also ein bisschen komisch weil da unten bin ich da gucke ich rein da in diese kamera gucke ich rein da ist mein mein bild wo ich mich selber sehe aber ja ich habe ein neues mikrofon was ihr hier schon sehen könnt einen neuen laptop eine neue facecam und das alles muss zusammen passen sprich es muss miteinander arbeiten die facecam das mikrofon und der laptop müssen alle miteinander arbeiten ein an alle miteinander arbeiten und wenn das nicht der fall ist dann kann ich das ganze material nicht verwenden also zum beispiel mal ist der ton da dann ist fünf und der ton wieder weg dafür ist dann das video wieder da dann ist fünf minuten später das video weg und der ton weg dann ist beides wieder da dann lade ich den rechner aber neu und dann ist wieder alles weg dann ist plötzlich das video da aber der ton nicht mehr dann funktioniert plötzlich das mikrofon nicht mehr aber die kamera tut dann back die kamera total aber das mikrofon funktioniert also es ist sehr 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 viel arbeit von daher gibt mir bitte ein bisschen zeit das ist jetzt ein kleines zwischenvideo hier von mir gibt mir bitte ein bisschen zeit dass ich das alles regeln kann und dann werden auch wieder häufiger videos zu euch kommen ich habe unfassbar viel video material ich muss nur alles schneiden und die ganzen intros machen und deswegen seid mir da bitte nicht böse und dass alles hier was ich hier habe aus außer dem bildschirm weil der ist von meinem vater aber das hätte ich mir nur also das konnte ich mir nur kaufen dank der ding der ganzen hilfe die eingetroffen ist es wurden es wurde unfassbar viel gespendet und dafür möchte ich mich herzlichst bei allen spendern bedanken und ja das wollte ich euch nur ganz schnell sagen es kommt auf jeden fall es kommen auf jeden fall wieder mehr videos hier auf diesem kanal und auf diese dürfte euch jetzt schon mal freuen denn die nächsten paar kommen in den nächsten paar tagen das nächste kommt glaube ich in drei vier fünf tagen muss ich mal gucken wie es zeitlich schaffe weil ich habe auch momentan test woche in der schule muss da oder möchte da gut abschneiden damit ich in die achte klasse mit allen fächern aufsteigen kann hier ist das bei der nicht so dass wenn man in einem fach verkackt dass man dann trotzdem in die achte klasse kommt nein hier ist es dann so dass man in diesem fach was man verkackt hat in der siebten klasse bleiben muss also das wirklich also naja auf jeden fall kommt auf meinem zweitkanal später oder morgen oder übermorgen irgendwann eine nicht lachen challenge da könnt ihr gerne vorbeikommen ich blende euch hier den den namen ein vorbeikommen nein vorbeischauen ich blende euch hier den namen ein wie schon gesagt da würde ich mich unfassbar freuen und jetzt bis zum nächsten video tschüss euer sam so so Bis zum nächsten Mal.